Ah! Kendrick, Kendrick, Kendrick! Pass auf, jetzt werden Sohnan, äh, jetzt werden Kendrick und Tariq gebannt. Würde niemals passieren. Jetzt ob irgendjemand Tariq banen wollte, oder Kendrick banen wollte. Also ich glaub ich mein Kendrick diese Runde. Ich weiß nicht warum aber ich... Aber dann war nicht Tariq, ne? So. Ja, wo ist Tariq? Hier. Ach, ich wollte grad Kayn banen. Und dann hab ich gesehen, dass so unser Schwangler Kayn picken will. Ban Kayl. Jetzt? Sie hat schon gewarnt. Ban Kayl. Nein, ich ban Riven. Riven ist sehr stark. Bannen! Hallo, ban! Danke. Nach der Runde mach ich mal aus. Machst du was aus? Oh. Alter. Falsche Szene, ha! Sohn' Kleptomancy-Dingens? Oder? Pfff. Ist überhaupt noch gut. Na, Kleptomancy auf Tariq. Tariq hat auch so Doppel-Auto-Attack. Aber Alba als Support? Mhm. Als Support. Oder Glechiel. Dann kann sie nicht weg von uns. Aber die Frage ist, wen haben wir jetzt Gegner? Wenn's jetzt ja so botlane ist, dann heul dich. Das ist ja noch besser für uns. Oh, desto wird es wahrscheinlich Niko-Niko-Niko-Ni-Botlane sein. Ich hab' den falschen Wort. Guck' man. Gleiii. Was soll ich spielen? Ich weiß es nicht. Da kommen Guardians. Guardians of the Galaxy. Hey, Ask Guardians of the Galaxy. Ask Guardians? Jetzt sag mir bitte, du hast schon Dingens geguckt. Nee. Denkst du, ich guck mir irgendwelche Filme an? Ich hab' Exos dabei. Nee, ich hab' Kiri dabei. Hast du wenigstens passenden Skin mit? Äh, Shadowfire. Ich hab' Bloodstone. Nee, fast doch. Beides gut. Nö. Ist ja der dunklere, ne? Shadowfire? Nee. Ich glaub' den hab' ich mittlerweile auch. Ich hab' mittlerweile einen Kindred-Skin. Ist eigentlich noch Kindred-Main, oder? Digga, schau' dir mal bitte meine Mastery-Foints an. Also, nein. Ich mein' 565.000. Ich guck' den meiner an. 11.000. Dabei spiel' ich ihn nie. Guck' du mal Nikos an. Das ist der wahre Main. Oh. Dann lass' mal jetzt reinschreiben. Niko, ähm... Main? ...? P? 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 kinder counten oder wir können die torben im bliebten komplett also er drückt und dann drücken wir beide einfach holt ja so ist es ja wenn man die holt ist ja so wenn du das muss ich 1,5 sekunden ungefähr abwarten dass ich wollte ja damit die maximale und ein unsterblichkeitsspann ausgenutzt und ich weiß dass ich okay ich gehe mit die relic weil dann ist man hier auch noch stärker ich bin blind in real life also erlebt auf jeden fall ich glaube es gibt leute die die sind durch die sind die sind blind Das ist der Link in Real Life Achso, das hat niemand geschrieben, die ist ins Name Nico Main Oh How much points? ... ... ... ... ... ... ... Nicht klauen ... 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 Power von Kendrick, Mann. Best-Kombo-EU-West. Wir haben es jetzt so lange überlebt. Non-Can-Hide. So many tries. Hehehehe. Oh, den Stack ging ich mir sowas von. Danke für den Stacks, Bro. Soll ich ihn mal anfangen? Soll ich ihn mal anfangen? Niko hilft mir sogar. Komm mal her. Kommst du? Ja, ich komm mal. Ah, Silin kommt. Ich komm aber nicht derart wie du denkst. Oh, da muss los. Oh, da ist ein Set. Oh, da muss Kim halt. Oh, da muss Kim halt. Komm, das ist halt immer noch einfach so broken. Stimmt's oder hab ich recht? Nein. Nein. Warum folgen mir so komische Seiten auf Insta mittlerweile? Niemand weiß. Wusstest du Sneaker Kingwit gespielt? Und spielt ihn sogar häufiger? Ja, Sneaky. Hast du A dich sehen? Ja. Ja. Sogar mehr als nur einmal. Und er sagt das eigentlich gar nicht so schlecht, das. Vor allem mit einem aggressiven Supporter. Sneaky hat Kaiser mit Elektrikwit gespielt. Ja. Sneaky ist auf N.A. Und in N.A. ist alles möglich. Alter, Elektrikwit Kaiser ist voll geil. Hallo. Hallo, ich bin geil. Du wirst mich so weg. Mit Lenker und der Gank. Lass den Stack holen. Denkst du, die werden ihn bestimmt nicht wieder verteilen. So wie die ganze Zeit. Denkst du die Hände gewartet? Der Darm den gewartet. Stopp jetzt. Au. Verdammt von der Fotze. Wir sollten weggehen. Wir wissen nicht wohl, wie ich sehen muss. Da ist übrigens ein Pinkfot. Da war ein Pinkfot. Bruder! Bruder, muss los? Nein, viel Spaß. Ich dachte, ich würde mir eigentlich gerade nicht den Dings nicken. Dann sind die sofort weggegangen. Na ist okay. Ich hätte die Feuerbescheid sagen sollen, wenn es da ein Pinkfot ist. Dann erkennt es halt immer werdet ihr richtig in die Börse. Achso, hatten. Boah, dieser Outplay war schön. Ich hab nämlich mal gewusst, dass ich ihn mit einer Q töte. Ich hab gar nicht realisiert, dass der Seelen gerade absterben war. Warte mal, deine Ult geht wie lange? Auch 2 Sekunden. 4 Sekunden. 4 Sekunden? Ja. Jetzt 2,5 Sekunden. Also sind wir 6,5 Sekunden. Ja. Damit. Alter, ich bin gut im Matta. Ich stehe zwar 5, aber ich bin gut. 2 plus 2 ist 5. 2 plus 3 ist 100. Quick Mavs. Verstehst du, Bro? Weil es eine Katze ist. Mhm. Nein. Wie ist denn jetzt top? Elo ist Bot. Verstehst du? Weil unten, Bot, unten. Elo ist unten. Nein, ich bin nicht eigentlich immer so einen schlechten Witze. Mit was stehtst du und so. Schon asozial? Weißt du. Die Fotze ist asozial mit dir. Scheiße, und ich brauche noch einen Aumann. Ich nehme halt auf Minions und dann heile ich dich hoch. So lange du mir die lasst. Ich hätte jetzt Träne kaufen sollen. Ich hätte echt machen sollen, Mann. Aber guck mal, du bist jetzt wieder MagSafe. Ja. Let's go. Ich habe 4 Stacks. Let Elo beginnen. Oder Flow. Oh, ja, gut. Oh Mann. Oh, oh, oh. Denkst du das gleiche, was ich denke? Ja. Ja. Auf Silien? Silien. Wer dafür reagieren soll. Ach du Scheiße, wir sind umzingelt. Weißt du, hier steht einer, hier steht einer und hier steht einer. Wir sind umzingelt. Ja, siehst du. Hast du in die Kreise studiert? Hallo, ich bin Entzückel-Boy. Fanboy. Hi. Oh, oh. Hast du ult? Ja, ich habe ult. Gut. Das ist das ganze Team. Alter, ult, 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 ult. Dankeschön. Ich bin ein Team und sterb nicht so. Ich bin ein Team und sterb nicht so. Ich bin ein Team. Ich bin ein Team und sterb nicht so. Ich bin ein Team. Ich bin ein Team und sterb nicht so. Und der Klan denkt so, hi. Alter, vier Leute und sterb nicht. Fünf Leute. Wir sind jetzt zu fünf. Ich bin ein Team und sterb nicht. Ich bin ein Team und sterb nicht. Drei Mal aus. Ich bin ein Team und sterb nicht. Da kam einer. Der machte einmal weg. Ich tötere lieber den, der keinen Schaden macht. Was ist denn ein Leaksin? Soll ich dir mal was zeigen? Wie schnell ist denn ein Leaksin? Achso, der 3.500 Boots. Guck mal. Ich bin reingesprungen! Guck mal, was ich gekauft habe. Wieso hast du jetzt trotzdem die Strähne gekauft? Ich hab sogar schon 8 Stacks. Ähm, nein. Invernable heißt das, ne? Ja. Bei mir steht nur, Units bekommen Immune to further damage to healing. Ja, bekommst Immune to further damage. Warte mal, wie hart ich jetzt spalle mit Infinity Edge. Warte mal, wie sehr ich meine Spells gerade spanne für meine Tränen. Tränen OP. Ich hab einfach so 500 Mana. Alter, ihr seid so gefeedet. Muss auf jeden Fall Guardians kochen. Alter. Alter, an den Guardian? Nein. Du weißt, wie scheiße unständlich du dann bist. Warte. Auf. Ähm. Auf. Ja. Oh. Ich hab außen Fleck geholfen. Sorry. Nein. Na, schon okay. Hätte mir besser koordinieren sollen. Ja. Nein, ich wusste nicht, ob du ult fertig hast und das ging mir zu schnell um zu gucken. Also ich hab alle 108 Sekunden und du? Hm. Ich auch. Ich auch. Du auch? Perfekt getimed. Wieviel kolonnen hast du? Äh, 20%. Ich auch. Na gut und so, jetzt haben wir auch 1, 2, 1 die sind cool dann also. Ist offensichtlich, wenn ich cool am Redaktion. Ich decke das halt und du auch, dass wir halt beide Kleinzeit schuld haben. Warte mal, du hast auch Ultimate Hunter? Hey. Tschüss. Du hast auch Ultimate Hunter mitgenommen, ich war? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Ich mach dann fast nach der Runde ausgeschoben. Du spielst Spass. Bin. Äh. Ach mein Gott. Ich wundere, wenn du gleich dezente Lachanfälle von mir mitkriegst, ne? Wieso? Nein, ich bin auch nicht. Achso. Und wieso? Na, wegen der Kendrick und? Oh, beauty. Beauty fades. That is why it is beautiful. Lass mir da auch mal ein paar Minions. Pfff. Kann man nicht drehen? Das deck nicht. Ne, dazu musst du Mana ausdehnen, also. Dazu musst du schon Mana mir und kaufen. den Pool anzuhalten. Oh 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 Jakob Alter weil ich Schil benutzt hab Mir ist gerade aufgefallen, hätten wir noch einen dritten in der Kunde und hätten wir noch Kayle reinpacken können. Ja, wir haben doch gerade Kayle. Ja. Wenn sie dich ultert, dann ist du einfach so lange unsterblich. Guck mal, kaum zeige ich mich schon und kommen alle hin. Ja, ich habe gerade den Seen geflötet, also den Händen auf Flash Prince und so alles. Da hat er versucht, den Autotech zu flashen. Schon der zweite, der es gerade gemacht hat. Das sieht verstörend aus. Was? Du doch nicht. Was? Du siehst auch verstörend aus. Achso. Das nehme ich aber als Kompliment an. Ja, kein Problem. Oh, du sollst sie auch sein. Achso. Da haben sie sich natürlich gezeigt, das war natürlich unglücklich. Ähm, ich hatte einen Umblick noch. Eigentlich kann es am Base gehen. Wieso, Gruka? Ich glaube 3000 Gold. Ich glaube 3000 Gold. Ich glaube, sie gehen aber jetzt nicht so das perfekte Item. Wieso? Ich habe keine Resistance. Jaaaa. Wie kann man es aussehen? Das geht so scheiße schnell. Äh, scheiße langsam. Ich habe mir immer noch keine Schuhe gekauft. Ich habe drei items und keine Schuhe. Das fand ich gut. Bloop. Gut, dass du einfach dein T-Mate stemmen lassen hast. Ich habe 200 Zettel. Schau schon. Ich muss das ja nur ausbauen, damit das schon die Arke drüben ist. Und Old wenn du es hast. Ich habe keine Schuhe. Ich habe zwei Zettel. Ich habe drei Instrum. Ich habe drei Honda resisten. Ich bin GPS-Kreiberger. Ich habe die Schuhe. dass wir sehen ich habe nur ein autofakt auf dem tor abgibt gut dieses spiel spaß er nicht auf keinen schafften okay ich will den gina ja auch noch eine chance lassen was gerade passiert ich habe keinen kill gemacht kaum bin ich tot schon fragt ihr alle muss ich wirklich das spiel carry ich und der carry wie viel cooldown hast du auf der neue 90 67 ja du hast auch bestimmt schon 40 prozent cool wenn du tagst du soll ich 20 kurz verkaufen nein ist schon in ordnung wir haben aufgehört rings zu machen Alter, ist er hier. Was ist denn hier? Mein Heal hat eine 100% Ratio. Na nie, vielleicht wie Tariq OP. Nur nur 1% auf Matra. Oh, unbedingt mehr Lifesty und Attack Speed. Mit's End! Genau! Mit's End ist er OP geworden. Oder so ein starker als davor. Ja, für Nahkämpfer. Ja, für Fernkämpfer auch. Ich hab' Ult. Ja, sag' mir, wenn du ultest. Ich hab' Ult. Ja, sag' mir, wenn du ultest. Ich hab' Ult. Neh. 100%ig. Ähm. Ich hab ein Outtack auf dem Werkstatt gemacht und Den den Rep of Daddich bekommen Warum hat das Stummenglas? mal auf dienst warte mal hier lol was warum verdienen wir ein teamfalt? frage ich mich auch wenn wir jetzt das game ja finde ich, finde ich ich glaube schon oder? ich glaube es ist noch nicht verloren ich glaube ich kann mich verteidigen ja ist verloren ja ah kinwick wurde besiegt naja es liegt an, weil unser team scheiß ist wir hätten eigentlich gewinnen sollen ja also wir waren schon gut dabei, die Lengfests haben übelst dominiert wir haben early und mid game dominiert ja ja obwohl wir die besseren teamfalt champions haben haben wir trotzdem teamfalt verdornen was eigentlich gar keinen sinn ergibt ja ich bin jetzt mal auf ja hast du nüsst mal auf bis dann hm? nix erstmal noch eine championcapsel öffnen, dann gehe ich auf ja 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 ja